Jetzt kommen wir zu auf Kentz, Antikirche und Karlschafe. Schauen wir hier, heute ist der 6. November 2012, Kentz. Hier denkst du erst mal. Wer ist hier nicht? Kass mal auf, wir machen das. Oder gucken wir da oben nochmal. Hier auf 5. Dass wir umgedruckt drehen können. Wir wollen jetzt nicht ins drecklose Schweifen. Da bleibt doch noch. Den nächsten noch mitnehmen. Wo bin's noch? Und dann ist aber auch Schluss. Sattel, wenn wir hier denkst. Da hinten kommt noch Hobbitz. Hier ist Kentz. Ja, was haben sie hier denn? Große Trafos. Wir filmen gleich durch. So, das ist Hobbitz. Bei Kentz. Hier, Agrar begrüßt sie uns erst mal. Hier, Alt und Neu gibt's auch noch. Hier kann man Ferienhaus mieten. Hier kann man Ferienhaus mieten. Hier kann man Ferienhaus mieten. Hier hat er gut gemacht. Eindeutig. Hier ist auch Schluss. Lustig. Wir drehen wir um. Da hinten noch was. Schau auf. Schaut's auf. Ich schaff' mir das. Ich schaff' mir nicht. Hier. So machen wir das. Alles noch ein bisschen mitsehen hier. Und der Wendekreis ist ja auch nicht so toll. So, das ist hier Hobbitz. Was haben wir da denn? Eisel. Dann bin ich ja doch nicht alleine hier. Also Hobbitz geht's wieder zurück. Klare Sache. Noch mal die Rückansicht. Rose, Leistze. Själft route. Själft. V 12. Das war Rubitz und hier noch mal Kents, müssen wir auch noch mal reingucken. Dann vielleicht links und mal gucken, was da los ist. Ob wir da noch was Neues finden. Keine Wege oder nee, das ist nichts. Na, Sakel. Das ist bestimmt Ende. Das wird nix. Das können wir vergessen. Da sind wir am Ende. Okay. Also hier Kents. Und dann Schluss. Super. Da ist die Kirche. Oh ja, was ist das denn hier? Schick gemacht. Hätten wir noch gar nicht gesehen. Aufbruch. Merci. Und tschüss.